Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer Ich kenne keinen, der nicht zu denen gehören würde, die sich gerne Millionär nennen dürfen. Angebliche Chancen werden dafür mehr als genug angeboten. Neuester Hit ist eine Benachrichtigung einer sogenannten ALWS-Auszahlungsabteilung, die Sie darüber informiert, dass für Sie in Australien steuerfreie 2,3 Millionen Dollar bereit liegen. Sie brauchen dafür nur das Schreiben, das Ihnen unaufgefordert ins Haus geflattert ist, an besagte Lottogesellschaft zurückschicken. In den Briefumschlag müssten Sie allerdings, so die Bitte des Absenders, einen 10-Euro-Schein legen. Naja, das ist für die heutige Zeit schon eine recht ungewöhnliche Zahlungsmethode. Aber Sie glauben gar nicht, wie viele bereit sind, die 10 Euro auf die Reise zu schicken, nur weil Sie sich sagen, vielleicht ist ja doch etwas dran an dem Gewinn. Und ich kann Ihnen bestätigen, dass diese Methode tatsächlich Millionärer macht. Nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, salzen diese ominösen Unternehmen weltweit so viel Kleingeld ein, dass ihre Macher bestimmt schon bald besagte Millionen zusammen haben. Musik